WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 In der 35. Spielminute, Tor für Oslo-Rusdenau! Unser Tor-Schütze mit der Nummer 10, Jamm, ist der Name, Mehmet, 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 und damit der Spielstand aus Oslo-Rusdenau, FC Juniors auf der Stahl, Dankeschön! Mein unrealistigstes Spiel, die Nummer 10, Jamm, ist der Name, und der Nummer 11, Meikel! Michael! 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 Und damit, eure Spielstand aus Oslo-Rusdenau, FC Juniors auf der Stahl, Dankeschön! Michael! Wir sind nur da, ich habe, wir brauchen uns in Nada-Sofer, blem die deute, noch keinoa vào Ich gleich whiziere ich eine Jungs auf dem Weg, Ich stelle die King, ich stelle die Kaunen, ich stelle die King, ich stelle die King, Ich stelle die King! Ich stelle die King! Ich stelle die King! Ich stelle die King! Und dann, dann! Applaus Wir wollen uns alle ziehen, die die Ausstrahl gewähnt. Wir sind ja immer noch da, alle mal die Kuh. Wir wollen uns alle, auf den Unterschied zeigt Gott. Aurel, Aurel, Aurel! Aurel, Aurel! Alleen, Aurel, Aurel! Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Alle, alle, alle! Schalalalalalalalalala! Schalalalalalalalalalalalalalalalal nanar espère auch für den Zug righte. turbo na kreierer Die siebzigste Spielmitte, Torfaschen Wustenau, Torfaschen Wustenau, Torfaschen Wustenau, der Nr. 25, Harjus! Und damit heuer Spitzstand, Torfaschen Wustenau, Torfaschen Wustenau, Torfaschen Wustenau, Torfaschen Wustenau. In der I Wir Wir Annenbieter ARD Text im Auftrag des WDR Das ist ein Schöpfer, das ist ein Schöpfer. Applaus 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 Das war's für heute. Applaus 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 Applaus